Das Volkshaus ist zum Bärsten voll. Das Konzert von Archive ist schon Monate im Voraus ausverkauft gewesen. Und Karten sind zu saftigen Preisen im Internet gehandelt worden. Glücklich, wer sich im Vorfeld hat ein Ticket sichern können. Der Auftakt vom Abig hat aber noch eine andere Band aus der eigenen Reihe gemacht. «Bird Pen» ist das Projekt von Mike Bird, Dave Pen und James Livingston Seagulls. Schon für das 2006 erschienene Album von Archive mit dem Namen «Lights» haben Mike Bird und Dave Pen eigene Songs beigesteuert. Dave Pen ist seither festen Bestandteil der Live-Besetzung von Archive und komponiert weiterhin Songs mit ihnen. Im Herbst 2008 haben Bird Pen ihr eigenes Debütalbum «On, Off, Safety, Danger» veröffentlicht. Es gibt Ränge in der Menge und der Kampf um einen guten Platz, sind aber spätestens dann vergessen, wo Archive mit ihrem ersten Song «Controlling Crowds» klargestellt hat, dass es nicht ihre Absicht ist, die Masse zu kontrollieren, sondern sie ihre Hörerschaften zu einladen wollen, mit ihnen durch die Nacht zu fliegen. Als Hauptakt von diesem Abend haben die Archive im Volkshaus wieder einmal ihr ein ganz spezielles Gespür dafür bewiesen, mit ihren Arrangements grosse Gefühle zu wecken und die Masse, wenn auch nicht zu kontrollieren, so doch zu bewegen. Entsprechend tönt auch ihre eigene Definition von Musik. Musik ist nur etwas, das dich fühlt. Es ist das, was Musik ist für mich. Es ist das, was die Progression durch Zeit und Space und Emotion. Die Musikkritiker ringen die Hände, wenn es darum geht, die Musik von Archive mit schön klingenden Stilbeschreibungen einzufangen. Es fallen Wörter wie Trip Hop, Elektronika, Progressive, Post oder Indie Rock. Wir haben immer noch nie versucht, was sie zu klingeln, was sie zu klingeln. Ich liebe das, dass es schwer zu klingeln, die Boxer in die Archive ist. Aber wir haben so viele Influenzen und haben so viele Influenzen und so viele Influenzen in die Musik gemacht, dass es sich einfach nur auf die eigene Sache ist. Es ist gut, dass Sie sich nicht zu klingeln, Das ist ein guter Zeichen für uns, denn wir haben wirklich verschiedene Hintergründe in Musik, wir hören auf verschiedene Dinge und wir experimenten auch mit der Musik. Das ist ein guter Zeichen, wenn die Leute uns in eine Box setzen können. Und schlussendlich hat auch Frank Zappa den Nagel auf den Kopf getroffen, als er gesagt hat, Writing about music is like dancing about architecture. Musik muss man hören, fühlen. Wörter allein können nicht einfangen, was die Musik bewegt. Sehr wohl in Wort fassen lässt sich aber der Werdegang einer Band. Bei Archive ist diese sehr geprägt von Veränderungen und Wechseln. Die Band, 1994 von Darius Keeler und Danny Griffiths in London gegründet, hat ihre Wurzeln klar in der elektronischen Musik. Ihr ersten Album, Londinium, wo sie zusammen mit der Sängerin Roya Arab und dem Rapper Roscoe John aufgenommen haben, war dann auch noch sehr stark von Bands wie Massive Attack beeinflusst. Über den Umweg einer zweiten Veröffentlichung, Take My Head, die zu Unrecht ziemlich gefloppt ist und in neuer Besetzung gewinnen sie mit dem Folgealbum »You all look the same to me« sehr an Popularität und erlangt viel Kritikerlob. Bis 2009 folgen sechs weitere Veröffentlichungen und vor allem in Frankreich bildet sich eine grössere Fangemeinde. Sowohl ihr Stil als auch die personelle Zusammensetzung verändern sich aber fast mit jedem Album. Wie haben sie es aber trotzdem geschafft, so eine treue Fangemeinde zu behalten? Haben sie einen Weg gefunden, um sich selber treu zu bleiben und gleichzeitig ihre Fans zufrieden zu stellen? »The best thing you can do is try and to please fans, as I've discovered over the years, is that we start making music purely for other people, we're not going to give them what they actually really want in the long run. So in general we just rewrite for ourselves, we write music, because that's what we've always done, and that's what keeps us going and inspires us in general life. So the fans have to take a back seat in there, if they don't like it, they don't like it, there's not much we can do about it. Yeah, I mean I think that's one advantage I think we have, is being four plus writers in the group, is that because of the fact that we do change styles, you know change of course for anyone, anyone's life is always the most difficult thing to face, nobody wants that, but so many bands release an album that does well, that gets a huge fan base, and of course they feel they have to keep the fan base like Dan said, whereas we can just keep changing and progressing to the moods and the feelings and the experiences in our life. And with that, now that people have become more used to it, I think we'll be able to do that for the rest of our careers, and still gain at least some sort of intimacy with the fan base, based upon the fact that we're staying true to what we want to do, and we're not trying to insult anybody by not changing, but we want to progress with the times just like most people do. I think our hardcore fans are always quite excited about what we're going to do next, with each album, because they're not sure what to expect, which I think is really good for music, because you know what you're going to get out of certain bands, you know what each album is going to be like, which is great as well, with us I think people are quite intrigued what's going to come next, but we don't want to go to the band. They also feel the pressure to change, the pressure to change, the pressure to change, and the pressure to change. No, not really pressure. It's just the way we challenge ourselves really. We were very experimental with music, and we'd get bored very easily, if we just kind of repeat ourselves too much. But it was not really a pressure to do it, it's just for ourselves. There's a lot of us involved, so it kind of makes it more exciting, because things can come from whatever angles really. But yeah, there's no heft. It just kind of works. I think it actually takes the pressure off of us, because like I said, most bands will usually have the pressure to keep that same thing going, whereas we don't have the pressure, just because we're always willing to try new things. I don't think it would bother anyone, if we came out of an album, you know, the same style as one before, or anyone else. I think people are still liking it. How they enjoy their freedom and always start their own way, tells each new album, which is completely different than the previous album. What needs it, in your opinion, so that a new album or a new album is good? We've got to believe it, we've got to feel it, and it's got to come from real experiences and real places, and us, you know, because how else would we expect anybody else to relate to it, if we ourselves can't relate to it in an honest and genuine way. And I mean, that's it. You know, when we're writing, we know when to stop a song, we know when to try to carry it on, we know when something's a little bit off, and we'll say, alright, we need to work on that bit there, or we need to stretch it a bit further, or we need to shorten it a bit. It's just one of those intuitive things, you know, and it's also just the chemistry of, you know, Dan and Darius for so long, and then all of us together now, that we've had four years under our belt, I guess. And, um, it's just something you feel, you just know something's not right, and then, you move with it from there. yeah Their current album controlling crowds bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Tag und Nacht, Melodie und Noyes, Liebe und Hass. Es ist aufgebaut wie eine Opern oder ein Theaterstück mit vier Akten. Darum ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich die Band auch in ihrem Konzert im Volkshaus an die Liederreihenfolge der CD gehalten hat. So wie auch ein Theaterstück nicht plötzlich zur Abwechslung mit dem dritten Akt anfängt. Um was aber geht es bei ihrer Inszenierung? Obviamente, es geht um die Worte, um die Welt zu sehen, um die Gesellschaft zu gehen. All diese Dinge, die unsere Landschaft und Politiker haben. Wenn man es als ein Einzelnen sieht, gibt es viele schöne Dinge. Aber wenn man die Nachrichten sieht, es scheint zu sein. Es scheint zu sein, und es scheint zu sein. Es scheint zu sein, ein paar Dinge zu sprechen. Unspoken about, but somehow everybody still at some level relates to or feels in some way. So maybe it comes from that right now. Sometimes it's love songs, sometimes it's other things, but you just never know. You never know where the inspiration's going to come from. Although Darius Keeler und Danny Griffiths waren, die vor 15 Jahren Archive ins Leben gerufen haben, stehen sie an der Konzerte jeweils am Rand der Bühne und überlassen den zentralen Platz anderen. Haben sie selber dann Angst vor den Skiwerfern? We come from production and working in studios and we've been producing music for quite a few years before. We've been working together for 20 years now. So we're working five years before we've been starting Archive. We're studio bods. We sit in studios for months on end for hours and hours and make noise. We don't really want us to need to be seen really too much. But as a collective now there's no sort of one front person or everyone else just want everyone to see that everyone's kind of equal in the band. But yeah, I like to try and tap myself away a little bit. I'm not really one to jump around the stage. He doesn't that. Of course, yeah. Of course. I mean, it's everybody's band now too. So, I mean, that's the point with Archive is that, you know, we're all, you know, the singers are in the spotlight because they have to be, not necessarily. You know, you don't have much choice. You've got a microphone between you and the audience and that's all you have to hype in front of you. Other than that, you're naked, basically. So, you know. We should just do it. Yeah, we should just do it naked from now on, you know. Überall, wo Archive auftreten, hinterlöhn sie ein euphorisiertes und tobendes Publikum. So auch am 22. September im Zürcher Volkshaus. Wie aber nehmen sie sich selber wahr in der aktuellen Musikwelt? Wie ihre Musik? Sind sie zufrieden mit der Art, wie sie von ihrer Hörerschaft aufgenommen werden? You know, the music industry and the way that everything has changed so much since the turn of the century, basically, you know. It's, um, it's done a lot of good as far as publicity goes for underground bands like ours in that way. You know, but at the same time, I think we're really happy to be where we're at with Archive because we've done it in a way that's just non-aggressive and it's the same thing that we always say. the music is something that you discover at some point it's never pushed on you and you either feel it or you don't that way and we really feel that's how we want it to be seen. You know, non-aggressive, very organic and it touches you or you need it, there's something about it. It's just kind of the way and it's written. Wer den Sommer nicht genug schnell gewesen ist, sich im Vorfeld ein Ticket zu sichern und um sonst vor einem ausverkauften Volkshaus gewartet hat, kriegt schon im Winter nochmal eine Chance. Am 31. Januar hat Archive wegen der grossen Nachfrage ein Zusatzkonzert in Zürich ankündigt. 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 Zürich. Zürich ankündigt. Zumun militär. Zürich ankündigt. Zürich ankündigt. Zürich malfeSPeNY Phi Phi Pushe Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020